Gesundes Gemüse aus gesundem Bordeli, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist in den Midekonserven. Und wie bei allen Produkten von Coop sind sie immer auf dem Laufenden, was drin ist. Da können Sie nämlich unter anderem die genaue Zusammensetzung ablesen und auch den Nährwert. Und dank diesen Nährwertangaben auf den Coop-Produkten können Sie die Ausgewogenheit Ihrer Ernährung dann gerade selber kontrollieren. Strengen Kontrollen des Coop-Labor garantieren die erstklassige Qualität der Midekonserven. Schon das Saatgut wird durch einen speziellen Versuchsanbau sorgfältig ausgewählt. Und Coop-Labor-Kontrolle garantiert auch, dass nur Gemüse aus wirklich gesundem Boden, wirklich erntefrisch in die Midi-Dose kommt. Gerade jetzt läuft bei Coop eine Grossaktion, wo Sie verschiedene Gemüsekonserven zu unschlagbaren Preisen bekommen. Und eben mit der sicheren Qualitätsgarantie von Coop. Und da haben wir jetzt gerade noch einen Hinweis auf zwei besonders aktuelle Frischgemüse. Rande und Sellerie. Die kalorienarmen Vitaminspender. Profitieren Sie doch jetzt von dem aktuellen Coop-Frischangebot. Und jetzt präsentieren wir Ihnen gerade nochmal etwas Interessantes von Coop. Die modisch frische Frühlingspulli. Sie sind leicht und angenehm zu tragen. Sweatshirts auch für die Junioren. Ebenfalls in einer pflegelichten Baumwoll-Polyester-Kombination. Die Sweatshirts für die ganze Familie gibt es in den Coop-Center und Coop-Fahrenhäuser schon jetzt zu wahren Frühlingspreise. Coop gibt Ihnen immer wieder Gelegenheit, bekannte Produkte auszuprobieren. Neu bei Coop ist Pantene Vitamin Haartonik für jeden Haartipp. Pantene Rot für normales und fettiges Haar und Pantene Blau verhindern zudem den Gelstich im weissen oder grau melierten Haar. Probieren Sie Pantene, das bewährte Vitamin Haartonik, für jeden Haartipp jetzt neu bei Coop erhältlich. Und jetzt schalten wir rüber in die Studienküche zum Coop-Rezept von dieser Woche. Mit Haartöpfeln gibt es immer etwas Gutes. Heute zum Beispiel machen wir gefüllte Haartöpfel. Wir brauchen dazu eine gleichmässig grosse Geschwälte, der Länge noch halbiert und ein bisschen ausgehöhlt. Für die Füllung haben wir hier die Siebel und die Schinkenstreifchen im Anken dämpft. Hier haben wir zwei Eigele mit Rahm oder Halbrahm, Salz, Pfeffer und Muskelnuss verquirlt. Geben diese Zutaten rein und füllen dann mit dieser Masse die Haartöpfel. Im mittelheissen Ofen bei etwa 200 Grad werden die Haartöpfel schön goldbraun überbachen. Mit einem knackigen Salat serviert ist es eine herrliche Nacht. Das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung dieser Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten. Sie sehen Coop viel, dass Sie als Konsument informiert sind. Aber vielleicht haben Sie gerade so eine Idee oder ein Problem, wo Sie schon lange loswerden wollen. Oder eine Anregung. Räuten Sie uns doch einfach an. Aber gerade jetzt. Das ist die Nummer vom Coop-Mittwochtelefon. 041 28 12 12. Anrufen können Sie gerade nach dem Ende des Mittwochstudios, und zwar bis 9 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Danke, dass Sie für uns Zeit hatten und achten Sie doch jetzt noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei von Pommeschips statt 4,70 nur 33. 250 Gramm Kochbutter statt 2,85 nur 2,55. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Fanta oder Sprite Light statt 1,25 nur 90 Krabben. Jaffa Orange Schamutti per Kilo 1,30. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt Einwegrasierer. Gillette Slalom mit Gelenkkopf und Doppelklinge 10 St. für 23. Und Ersatzklinge Gillette Contour 10 St. nur 5,50. Hösliwindle Avela Baby Elast Maxi 10 Kilo. Das Paket an 40 St. nur 11,90. Und dann noch die Nummern für alle, die gerade jetzt anrufen wollen. 041 28 12 12. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mittwoch.